gut kick freunde noch leicht verschnuppert aber für euch nehmen wir natürlich das video auf steht ja außer frage ja samstag 15 30 VW Wolfsburg gegen red bull leipzig und meine einzige hoffnung oder mein so wo ich denke da könnte man vielleicht ein bisschen profit drauf schlagen oder das positiv für uns in der woche darauf spielt leipzig gegen manchester city in der champions league und ich hoffe auf vielleicht die schonung einiger spieler manche mannschaften machen das ja und vielleicht auch das letzte spiel was leipzig in der bundesliga hatte vielleicht auch noch mal da so ein bisschen hoffnung gebend die verlieren nämlich zu hause 1 zu 2 gegen union berlin ja das stimmt soll ich erst mal hier weiß ich nicht tore wenn ihr mit henrichs leipzig führt sogar und dann habere in der 61 und natürlich habere wenn ich mich recht erinnert ein absolutes traumtor ja also wie er den ins tor rein donnert das muss man ja auch sagen ist auch schwer und wenn dann eben der gegner so einen tag hat wo dann so einen ball rein haut hast du auch pech und dann den zweiten per elfmeter zu kriegen robin knoche machte natürlich ja und dann gewinnt union 2 zu 1 pausen bekommt noch ein tor aber kann die szenen habe ich jetzt nicht mehr vor augen aber wird schon seine richtigkeit haben ja und ich glaube union hat sich auch wieder so ein bisschen zum sieg gemogelt generell was die xg bei union angeht die waren tatsächlich besser die waren in dem spiel besser wegen dem strafstoß und haben normalerweise oder was die erwarteten punkte angeht wäre union ja eher weiter unten und ich glaube das ist auch so ein spiel was leipzig eigentlich nicht verlieren darf haben sie aber und das gibt mir so ein bisschen hoffnung für samstag auch wenn wir aktuell nicht so gut drauf sind ja also leipzig insgesamt habe ich gesehen angefangen ja unter tedesco ja nicht so gut gewesen auch eher unten dabei gewesen zum zeitpunkt also so mittelfeld für leipzig eben klar unter den erwartungen war schon so 12 13 also die waren schon unter der ersten spiel war sie auf jeden fall nicht gut ja und ja dann wurde eben entlassen und es hat marco rose der ja sogar leipziger ist übernommen und der kennt die rb schule also er war ja bei salzburg hat er gute arbeit geleistet und dass der da gute arbeit leisten kann dachte ich mir auch schon von anfang an und es gibt eine tabelle wo seit ans antritt von ihm jetzt von allen mannschaften angeguckt ist leipzig die beste werden sie auch platz eins wenn man so die tabelle nimmt das ist schon eine leistung und das sieht man eben auch ja jetzt sind sie nur fünfter aber trotzdem gut dabei greifen an und also champions league absolut realistisch auch wieder dieses jahr leider gottisch bin ja nicht der größte leipzig fan um mich zu sein gar keiner aber ja aktuell spielen sie eben sehr gut aber wie gesagt das spiel gegen union und jetzt dann auch kommende woche ich weiß nicht ob es dienstag oder mittwoch ist das spiel das spiel gegen manchester city da könnte man vielleicht auch mal erwarten dass das da einige spieler dann entweder schon früher runtergenommen werden oder eben erst später aufs spielfeld kommen aufgrund der doppelbelastung und außerdem vielleicht positiv gut die spiel jetzt auch schon länger ohne die spieler gulaschi natürlich länger verletzt schon und auch olmo und kunko nicht mit dabei ich glaube sie werden auch gegen city immer noch nicht mit dabei sein ich weiß nicht wie lange die ausfallen aber ja auf jeden fall länger nicht dabei und gerade in kunko auch noch immer natürlich aber gerade in kunko eine große stütze und der wird auf jeden fall dem leipziger spiel fehlen aber in kunko sehe ich gerade so wohl wieder nach außenbandriss erstmals im kader steht ok dann nehme die letzte minute wieder zurück von mir tut mir leid ja also mal schauen du hast es schon gesagt kunko ist ein sehr wichtiger spieler ich denke mal nach außenbandriss wirst du jetzt nicht direkt in der startelf stehen und vor allem wenn city kommen wollen sind vielleicht auch dann dafür schon aber da wird er wahrscheinlich auch noch nicht in der startelf stehen dennoch ja guter spieler wichtiger spieler für sie top scorer vielleicht sogar immer noch zum jetzigen zeitpunkt wirst du werner hat auch dass die den unterschätzen viele wieder und war ein scheiß transfer aber für das geld ich glaube der hat ordentlich abgeliefert schau mal bitte nach ich gucke mal bei den scorer an und kunko ist bei zwölf scorer dann kommt schobos live wo ist werner bei sechs scorer ist ja auch egal jedenfalls wollen wir uns nicht so sehr beschäftigen mit den spielern die bei leipzig da sind oder nicht da sind sondern leon holt er gerne rein sondern mit den spielern die bei uns da sind oder die die wir viel mehr in der startaufstellung gegen leipzig sehen werden eine sache die erst mal fraglich ist in der startaufstellung van de veen hat wohl oberschenkelprobleme da muss man sehen wie die medizinische abteilung sagt ja es geht oder es geht nicht wir konnten jetzt nicht bis freitag abwarten aber eine sache ist für mich klar van de veen wird so oder so sagen er kann spielen das ist eine maschine der hat lust zu spielen nicht ohne grund bei vielen topklubs habe ich jetzt zuletzt gelesen auf dem radar aber ich wiederhole mich wie bei der letzten vorschau glaube ich unter 80 millionen sollte er auf gar keinen fall gehen dürfen jetzt aus hollesburg sicht gesagt also ich hoffe dass sie da nicht sagen 40 millionen weil das ist einfach viel zu wenig für ein spieler wie ihn das absolut also achte sich am besten gar nicht 80 wäre ich zufrieden realistisch ist ein bisschen weiter unten ist er denn irgendein premier league klub kommt ich glaube das andere ist wieder was anderes aber ja auf jeden fall haben wir schon zuhauf gesagt ein krasser krasser spieler krasses talent und auch schon in diesem alter der mit konstanteste bei uns in der viererkette oder fünferkette je nachdem was wir spielen jedes spiel gespielt jedes spiel durchgespielt krass also stark kann man so machen ja kostet ja klar otavio dann auf links bornau und baku verteidigen dann auf der rechten seite hier bei bornau die sache er hat ein gutes spiel gemacht den musst du nicht rausnehmen weil ich fand die zweikämpfe gegen schalke waren halbwegs okay also zu beginn vor allem fand ich hatte direkt präsenz gezeigt direkt in den zweikämpfen da gewesen über links otavio hat ganz ganz okay gespielt gegen schalke und kursa ist noch nicht glaube ich noch nicht da dass man sagt den kannst du direkt in die startelf nein und rechts hast du baku wo du sagen kannst ja könnte man fischer spielen lassen aber aber baku kannst du auch dran lassen ja und auch beim spiel gegen leipzig will ich dann doch eher auf das die eingespielte viererkette gehen und hier keine experimente mit fischer machen das ist ein super fußballer aber eben wie gesagt ich glaube erst ein kurzeinsatz gehabt gegen bochum oder so ein startelf einsatz ein kurzeinsatz ich glaube zuerst den kurzeinsatz und dann danach den startelf einsatz ja aber eben noch kein kandidat für ich glaube für leipzig aber wir lassen uns überraschen und dann gehen wir auf 4 2 3 1 oder 4 3 3 mit 2 6 an einem achtern und zwei flügelspieler richtig nachdem jemand sehen will ich sage das ist ein 4 2 3 1 doppel 6 wird man hier spielen was auch wie immer mal so ein bisschen so der fall war wenn man gesagt hat ja gehört spielt jetzt war auf der doppel 6 neben arnold aber gegen leipzig ist der gedanken ich habe mir mal die spiele von den angeguckt und die spiele wo sie nicht gut gespielt haben wo sie eher punkte liegen gelassen haben waren gegen mannschaften die wirklich in dem 4 2 3 1 er gespielt haben deswegen kann man sagen ja lässt man die mal so spielen und wenn du mit zwei klaren sechtern spielst vor allem bei der formation von leipzig 4 2 2 2 da brauchst du vielleicht eher einen zweiten sechser lässt du ein gilavogi spielen und keinen gerhard nehmen vor allem gilavogi ist mit unser cluster sechster den wir im kader haben körperlich sehr stark auch noch mal stärker würde ich sagen als ein gerhard und macht sich da auf der sechs wahrscheinlich besser neben arnold der natürlich dann auch der kämpferisch auch da ist und in den zwei kämpfen aber dann auch das spiel von seiner position aufbauen kann und ein absoluter abräumer ein absolutes tier da neben ihm vor allem eben für diese zwei zehner die sie haben wenn sie jetzt wirklich in dieser formation spielen die haben auch immer mal ein bisschen rumgetauscht aber er spielen sie mit mit zwei zehnern zwei sechstern zwei stürmer kannst du zwei sechster dafür gebrauchen die da ein bisschen die im zaum halten absolut und auch so eine andere silva hat jetzt würde ich sagen kein keinen schlechten körper oder kein ist nicht mickrig ist kein lauch und da kann auch ein gilavogi glaube ich sehr gut dagegen halten auch mit der größe ja und vorne gibt es keine veränderung das machen kaminsky wind und wimmer noch hier war auch hätte man auch überlegen können und man vielleicht mal sagt paredes den ich wirklich stark finde wenn er jetzt immer reingekommen ja der bringt guten wind rein winter das was er macht das hat finde ich hand und fuß also es ist jetzt mehr für das als hand hoffentlich gut dass er ein bisschen halt er zeigt der star er ist halt nicht nur auf dem spielfeld dass er eingewechselt wurde sondern er hat auch ein paar aktion wo dann mal durchdrübbeln mal vielleicht die chance irgendwie erarbeitet deswegen werde auch die möglichkeit ihn reinzubringen aber bei den drei kannst du auch einfach sagen lässt die drei spielen und bringst ein paredes einfach wieder so 50 60 je nachdem wie das bedarf genau ich finde es auch ein bisschen schwierig zu sehr mutieren ich bin fan davon so seine oder so eine elf zu finden und dann eben klein mal hier mal der rechtsverteidiger in dem spiel austauschen oder hier mal den sechser oder dem inverteidiger eine pause geben aber so bei der innenverteidigung bin ich glaube ja die müssen immer spielen das ist das problem bei der koop bei uns ist es eben dass dass wir auch noch einen dritten sehr guten inverteidiger im kader haben oder erstmal auf die fünferkette umstellt bei der wir jetzt kein großer fan sind aber generell sage ich nur ich bin eher fan davon auch gerade die vorne eigentlich eigentlich jeder auf dem feld die müssen sich finden die müssen die abläufe hinkriegen und das kann natürlich auch im training klappen aber gerade in den 90 minuten auf dem platz bei dem punktspiel ist es noch mal umso wichtiger die abläufe hinzukriegen und zu verinnerlichen und ich glaube da hilft es sehr mit einer eingespielten elf zu spielen gering auf taktik eingehen wie hier zum beispiel die lavogi für gerhard oder für felix mitscher die natürlich von der bank kommen können aber generell ja würde ich sagen ist das eine stabile aufstellung gegen leipzig du glaubst aber trotzdem nicht an den sieg erzähl mir warum ja vor allem das schalke spiel das hat man schon auf hat man schon bei der rückblick gehört das kann ja auch noch ein zwei worte zu sagen war ein scheiß spiel war so es macht eigentlich aggressiv ist einfach nur enttäuschend wie sie gespielt haben einfach ein bisschen sauer das ist glaube ich noch viel sagen da wenn du enttäuscht bist und nicht aggressiv oder spiel weil gegen schalke nichts gegen schalke bei 18 platz da kannst du ruhig mal bisher mehr leistung zeigen vielleicht nicht weniger ballbesitz haben aber genug zu dem spiel das ist halt die leistungskurve geht irgendwie so runter jetzt hast du vier spiele ohne sieg drei niederlagen davon ein unentschieden gegen schalke da ist dir das selbstvertrauen auch erst mal mies im süden irgendwo da unten bei sizilien oder so ich wollte ich dachte freiburg bayern so was in die richtung ist sogar schon schon weiter ok und ja da ist es halt sich gegen leipzig die jetzt auch gerade in einem abwärts strudel waren bisher trotzdem schwarz das einzig positive was ich sagen kann weshalb ich den tipp auch halbwegs verstehe leipzig ist keine gute auswärtsmannschaft platz acht so in der tabelle und heim haben wir immer mal wieder gute spiele gehabt auch gegen bayern war ja ein gutes spiel richtig und das ist mit einer der gründe warum ich an einen knappen sieg für uns denke oder tippe 2 zu 1 für uns weil ja weil einfach so langsam es wieder zeit wird und ja ich will nicht dass die rückrunde so anfängt wie die hinrunde angefangen hat mit ein paar sieglosen spielen ich hoffe wir schaffen nicht erst nach dem union spiel wieder in umschwung sondern eben schon jetzt gegen leipzig das für wichtig oder im kampf um die europäischen plätze ja du sagst es die europäischen plätze das hatte ich auch zuletzt jetzt im artikel von der bild gelesen ob dann für den euro kampf muss man jetzt gegen leipzig wieder punkten aber stimmt halt also wenn du gegen leipzig nicht punkt ist dann sind die da oben erstmal wirklich weg dann musst du gucken ob die nicht von unten kommt ja wo du vielleicht nur glück hast wie wie die paarung das wieder sind für die mannschaft unter uns ich glaube gladbach spielt gegen bayern oder sowas einer von denen da spielt auf jeden fall gegen bayern aber trotzdem du musst jetzt musst halt punkten weil entweder du rutschst dann wieder nach unten ins mittelfeld aber wenn du punkten bist du eben dran drei punkte an leipzig kommst du ran und das wäre schon mal wichtig das wäre absolut wichtig und deshalb wenn du europäisch spielen willst und das ist ja oft genug jetzt schon angesprochen worden sagt dass fast in jeder pressekonferenz dass das das ziel ist finde ich auch gut dass man das so offen und ehrlich anspricht weil das muss das ziel sein und ich würde sagen wir starten mit dem ziel gegen leipzig und holen die drei punkte behalten sie zu hause hoffen auf tatkräftige unterstützung von euch im stadion wir beide werden auch da sein denke ich mal und schreibt eure tipps gerne in die kommentare abonniert den kanal kostenlos natürlich dann verpasst ihr keines unserer videos lasst dem video gerne ein like da und dann würden wir sagen gut kick und bis zum nächsten mal